Ich bin die Monique Egles und ich lerne in der Firma Brandenbau als Ausbildung Baugeräteführerin. Ich habe mich für Brandenbau entschieden, weil es direkt vor der Haustür liegt, es eine schöne Firma ist und bei der Firma jedem die Türen offen liegen. Besonders gut bei Brandenbau gefällt mir, dass die Mitarbeiter sehr freundlich sind, der Umgang auch sehr nett ist. Man kann mit Mitarbeitern auch mal ein paar Witze machen, es ist nicht immer so streng gehalten. Ich habe bei der Firma Brandenbau jetzt noch 24 Monate meine Ausbildung, danach bin ich fertig. Dann möchte ich erstmal den Beruf als Baugeräteführerin bei Brandenbau weitermachen und wenn die Zeit kommt, dann denke ich auch in Richtung Polier gehen. Mein Name ist Leon Dambach, ich bin 15 Jahre alt, lerne Baugeräteführer bei der Firma Brandenbau. Ich habe mich entschieden bei Brandenbau meine Ausbildung zu machen, weil es eine gute Firma ist, eine tolle Firma. Es liegt direkt gegenüber meinem Dorf. Das ist sehr toll und die Ausbilder sind auch sehr gut. Besonders gut gefällt mir, damit man sehr viel lernt, damit die Ausbilder sehr offen für einen sind. Man kann bei jedem kleinsten Problem zu ihnen hingehen und es wird geklärt. Die Arbeitskollegen sind nett, man kann mit denen so gut wie alles machen und man kriegt auch wirklich sehr viel gelernt. Ich habe noch 24 Monate vor mir als Baugeräteführer, habe dann auch erstmal vor, als Baugeräteführer weiter hier bei der Firma Brandenbau zu bleiben. Dann wahrscheinlich weiter als Vorarbeiter oder Polierer weiterzumachen. den k k Untertitelung des ZDF für funk, 2017